Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Emergency 2016. Ja, Massenpanik am Hauptbahnhof. Wir haben aktuell 5 Opfer, die versorgt werden müssen und abtransportiert. Also 5 Opfer, die versorgt werden müssen, die abtransportiert werden müssen. 12 Täter, weil hier eventuell eine Pest ist. Und dann noch 3 mit einem Schnelltest. Und bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz die Erinnerung ans Gewinnspiel. Wenn ihr gewinnen wollt, einfach auf den Link Gewinnspiel gehen in der Videobeschreibung. Und dort dann bei Part 1 einen Kommentar hinterlassen und einen Daumen hoch hinterlassen. Dann seid ihr bei eurer Verlosung mit dabei. Und wenn ihr das Spiel günstig kaufen wollt, könnt ihr das bei meinem Partner gamesplanet.com. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, jetzt geht's dann los. Und ja, wir gucken mal, was wir alles zusammentrommeln müssen. Ich muss mal gerade gucken. Täter, das finde ich irgendwie komisch. Naja. Sollen wir da Polizei holen oder was? Finde ich merkwürdig. Also. Und der hat irgendwas gesagt, dass wir ein besonders großes Fahrzeug haben. Finde ich jetzt aber gar nicht. Intensiv medizinische Transportwagen. Also. Ich hab den noch nicht gefunden. Sei's drum. Also, wir holen als erstes mal vier Notärzte ran. Hier. In Ordnung. Dann holen wir Rettungshelikopter 2. Am besten irgendwie hier oder so. Zu Befehl. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mit den anderen machen soll. Soll ich da die Polizei holen oder wie? Ich hol mal einen Heli von der Polizei und den gucken wir mal. Jawohl. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Transportwagen. Vier Stück. Die kommen auch hier hin. So. Gucken wir mal. Gehen wir es mal an. Ach. Die prügeln sich. Na, das sind ja Profis. Dann würde ich sagen. Holen wir mal einen Mannschafts- oder am besten alle Mannschafts- oder zwei Mannschafts-Transportwagen. Und noch einen zweiten Polizeiheli. Und am besten auch noch ein paar Streifenwagen für die andere Seite. Oh Gott, ey. Das ist ja was los. Okay. Na, dann mal los. Warum prügeln die sich denn, ey? Bitte. Das sind auch Pfeifen. So, ganz schöner Lärm hier wieder. So, Polizei. Das heißt, wir müssen da jetzt den ein mit Pfefferspray. Aha. Pfefferspray. Müssen wir uns hier erstmal so vorankämpfen. So, der kommt weg. Dann haben wir hier noch einen, den wir festnehmen wollen. So, die kommen alle in die Transportwagen rein. Ach, komm schon. Warte auf mit dieser lächerlichen Nummer hier. Alles klar. Verstanden. Ach, komm schon. Jawohl, 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 jawohl. So, einmal auch abführen. Hier vorne ist bestimmt auch noch ein bisschen was. So, da schicken wir auch mal zwei hin. Der eine darf sprühen, der andere darf festnehmen. Erwartet Befehle. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Oh Gott. Erstmal so ein bisschen Übersicht. Die lassen wir mal alle aussteigen. In Ordnung. Alles klar. Jawohl. In Ordnung. Und dann machen wir das mal so, wenn wir hier so viel schon zu tun haben, dann müssen wir das wahrscheinlich am besten so machen, dass wir hier wirklich gleich mal auf Pause machen. So. Und dann schicken wir hier immer zwei hin. Also der... Okay, die müssen dann halt erstmal sich ausrüsten. So, Pfefferspray und Festmäh. So, Pfefferspray und Festmäh. So, dann haben wir natürlich Ärzte. So, eins. Und zwei. Und drei. Und überprüfen. Gattefällen, ey. So, weg. Weg. Zu befehlen. So, die beiden Polizisten. Ja. Müssen wir mal gucken. Ach, hier vorne will noch jemand Pfefferspray. Alles klar. Soll haben. Jawohl. Doppelt hält besser. Wird erledigt. Wird gemacht. Jawohl. Jawohl. Ja, dann haben wir eigentlich alle bösen Menschen. Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Naja. Zumindest fast. So, wo ist die böse Einsatzkraft? Zu vorne. Ach, guck an. Jetzt ist sie nicht mehr böse. Jetzt ist sie verhaftet. Alter, ey. Das ist aber auch ganz schön heftig, ne? Das ist aber auch ganz schön heftig. Meine Fresse, ey. Da waren wir echt zu langsam. Am Münchner Hauptbahnhof ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Massenpanik ausgebrochen. Zeugenaussagen zufolge ist eine Person kurz nach dem Aussteigen aus dem ICE aus Köln zusammengebrochen. Behandeln Sie alle verletzten Personen. Verstand. Prüfen Sie, ob es sich um die Pest handelt und transportieren Sie die Personen... Verstand. Ihnen steht ab sofort der intensivmedizinische Transportwagen zur Verfügung. Ja, von wegen. Damit können Sie mehr verletzte Personen abtransportieren. Schön wär's. Schön wär's. Alles klar. So, bei den Fragezeichen, das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass wir die direkt behandeln. Und ja, bei den Mannschaftswagen, also die Polizeihelis brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Schicken wir hier mal drei Streifenwagen hin. Und hier einer und hier die Mannschaftswagen, irgendwie zwei Stück oder so. Und dann kriegen wir das schon gelöst. So, und dann hier vielleicht nochmal einen Streifenwagen oder meinetwegen auch ein Heli. So, probieren wir's nochmal aus. Auf geht's. So, vielleicht noch einen zweiten Rettungshele hier für diese Fragezeichen. So, wir sind dabei. Was geht's? Okay. Höre. So. Was geht's? Nein, 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 nein. Was ist mit Falco, ey? Mit dabei. Das Gebiet gibt es Personen, die unsere Rettungspersonal haben. Verstanden. Was geht's? Okay. So, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Höre. Und jetzt geht's ab. Wird erledigt. Alles klar. Höre. Zu Befehl. In Ordnung. Erwarte Befehle. Verstanden. Kein Problem. Höre. Bin dabei. Okay. Ja? Verstanden. So, jetzt mal eben ganz kurz hier auf Pause wieder, beziehungsweise hier können wir eigentlich schon mal die aussteigen lassen. Bin bereit. Bis die bereit sind, dauert es hier eh ewig lang. Sofort. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Bin bereit. Verstanden. Bin bereit. Kein Problem. Sofort. Warte bis hier rennen. Helikopter bringt uns auf unsere Krankenverschuldung. Was geht's? Ist in Arbeit. Wird erledigt. Höre. In Ordnung. Naja. Superstresse. Ich mit so viel Leuten. Wird erledigt. Okay. Warte bis hier. Ist in Arbeit. Wird erledigt. Höre. Alles klar. Wird erledigt. Achtung. Eine Eier. Jawohl. Kraft wird angehören. Was geht's? Zu Befehlen. Verstanden. So. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Hier fehlen irgendwie noch ein paar Rettungssanitäter, ne? Äh. Erwarte Befehle. Bin dabei. So. Erwarte Befehle. Polizei. In Ordnung. Höre. Bin dabei. Verstanden. Ja? Ist in Arbeit. Was geht's? Ist in Arbeit. Bin dabei. Was geht's? Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Bin bereit. Kein Problem. Bin bereit. Sofort. So. Na, das wird nicht klappen, glaube ich. Der Rettungssanitäter kommt, das wird erledigt. Erwarte Befehle. Verstanden. Ich höre. Alles klar. Erwarte Befehle. Ja, doch. Bin Ordnung. So. Gucken wir mal gerade. Ähm, wie der Stand ist. So. Der hier hin. Bin dabei. Der Streifenwagen bringt den Gefangten zu dem Rettungssanitäter. Da brauchen wir ein paar. Oh Gott. Hier vorne auch noch. Oh, Hilfe. Rettungssanitäter. Bin dabei. Was geht's? In Ordnung. Herrje, 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 Herrje. Ich bin bereit. Okay. So, dass sie ja auch überall dann rumlaufen müssen, die Appen, ne? Jetzt sieht sowas. Ach, Junge. Bist du durch die Grenzen oder was? Alles klar. Zu Befehl. Den Ordnung. Kein Problem. So. Der darf sich mal um die Türen an. Höre. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Bist in Arbeit. Bevor sich der Mist immer weiter verbreitet hier. Das muss ja nicht sein. So. Und die Polizisten, die können mal mit hier rüber. Da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Alles klar. Höre. Ja. Gut gemacht. Tschüss. Alles klar. Erwarte Befehle. Alles klar. Höre. In Ordnung. So. Hier könnte mal ein Rettungsheli hinkommen. Die können abdampfen. Zu Befehl. Ja. In Ordnung. So. Ja. Bin bereit. Jawohl. Meine Fresse, ey. Höre. Verstanden. Höre. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Verstanden. Oh Gott, ey. Was geht's? Ist in Arbeit. Was geht's? Wird gemacht. So. Was geht's? Ist in Arbeit. Die können weg. So. Dann holen wir zwei neue Transportwagen. Jawohl. Bin bereit. So. Einen Moment. Ich muss mal ganz kurz. Ganz kurz ans Handy. So. Ja. Dann müsste ich mal eben ganz kurz ans Telefon und telefonieren. So. Was haben wir hier jetzt noch für einen Scheiß? Oh. Ey. Ich sehe jetzt schon jede Sekunde. In diesem Spiel habe ich immer Angst, dass es scheitert. Es ist manchmal so ätzend. Ja. Kein Problem. So. Auch was die hier immer so komisches Zeugs machen. Bin bereit. Der Rechthansportwagen bringt das Opfer zur Kantenstation der Basis. So. Frische Ärzte braucht das Land. So. Dann können wir mal kurz gucken. Zu Befehl. Höre. Zu Befehl. Ja. Alles klar. So. Wir brauchen quasi welche, die die ganzen Opfer hier mitnehmen. Also die Leute mitnehmen. Ähm. Rettungshundefahrzeug. Das hilft uns jetzt nicht so weiter. Wir haben hier auch keine Transportfahrzeuge mehr, ne? Oh Mann, ey. Der Rettungshelikopter bringt das Opfer zur Kantenstation der Basis. Und hier. Guckt euch an, was hier noch alles ist. Das ist so krass. Das ist so krass, ey. So. Doof zu landen, oder was? Okay. Jawohl. Alles klar. Höre. So. Rettungswagen. Super. So. Her damit. Zu Befehl. Bin bereit. So. Zack. Und zack. Kein Problem. Sehr gut. Rettungsheli kommt dann hier hin. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Kantenstation in der Basis. Und die können wir schon mal, naja, fast wegschicken. Jawohl. Die können mal hier hin. Der hat sich noch schön versteckt hier. Weigert sich zu arbeiten. Okay. Das geht. Verstanden. Bin bereit. So. Der kann weg. Bin dabei. So. Lass die Bullen da. Die können noch zu Fuß nach Hause laufen. Aber halt nicht gehen. Bin dabei. Bin bereit. Was ist hier überhaupt? Alles klar. Dass der nicht heil gemacht wird. Was gibt's? Zu Befehl. Bin bereit. Verstanden. Erwarte Befehle. Verstanden. So. Dann sind die auch schon mal weg. Höre. Der Arzt hier, der kann hier hinten mithelfen. Der wird schon irgendwie nach Hause kommen. Soll sich sonst zur Not ein Taxi holen. Der Helikopter bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Sind bereit. Wird gemacht. Eieieieiei. Also das ist echt Chaos pur. So diese Hundertschaft hier. Die bringen wir mal weg. Gefährlich aus. In Ordnung. So, wunderbar. Den Arzt, den können wir hier gut behalten. Gut gemacht. Höre. So. Und jeder Arzt sucht sich bitte ein neues Opfer, wenn er fertig ist. Danke. Höre. Gut gemacht. Damit wir hier irgendwann auch nochmal fertig werden. Alles klar. Gott, 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 Gott. Jawohl. So. Neue Transportwagen brauchen wir. Selbstverständlich. So. Komm her. Dann hier vorne am besten Rettungsheli kurz. Damit wir den hier gleich mitnehmen können. So, was? Ah, alles klar. So. Haben wir hier irgendwo Transportwagen? Nö. Bin bereit. Was geht? Geht in Ordnung. Okay. Überall sind diese Dinger, ey. Krass. So, schnappt euch auch schon mal ein. Genau. So, Rettungsheli. So, und jetzt müssen wir die mal wegbringen langsam. So, und jeder Arzt bitte ein neues Opfer. Die sind alle, glaube ich, sogar schon behandelt. Die haben alle, ach, die haben alle keine mehr, ne? Okay. So, der Arzt kann da mit, wenn er es rechtzeitig schafft. Der Rettungstransportwagen direkt das kommt von unserer Krankenstation an der Basis. Oh, wird gemacht. So, das Ende ist in Sicht. Rettungstransportwagen direkt das kommt von unserer Krankenstation an der Basis. Wird gemacht. Wird gemacht. Wird gemacht. In Ordnung. Jawohl. So, ich glaube, die Ärzte brauchen wir auch nicht mehr. Was geht's? So, neuer Transportwagen, neuer Rettungsheli. Verstand. Führer. Zu Befehl. Ja? In Ordnung. Gut. Ja? So, ist hier irgendwo noch einer? Noch so eine, naja, welche, die so eine, so eine Kranken, so ein Kranken-Dingens haben, so eine Liege, oder gibt's davon keine mehr? Jawohl. Zu Befehl. Was geht's? Was geht's? Ach, die haben sogar noch welche, eine dabei. Sehr gut. Ja, sofort. Was geht's? Sofort. Jawohl, okay. Wird gemacht, jawohl. Wird gemacht. Junge, kannst du nicht einfach irgendwo landen? Zu Befehl. Meine Herren. Der Erd-Passportwagen bringt kein Problem. Zur Krankenstelle. Ich bin bereit, der Basis. Ich bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Okay. Ja? Ja? So, den hier und ihr nehmt. Okay. Was geht's? Den hier. Jawohl. Was geht's? So, der kann hier rein. Und dann kriegen wir das doch langsam alles hin, meine Herren. Und die Angst steigt zwar immer mehr und mehr, dass das hier noch Probleme gibt. Alter, seid ihr doof, oder was? Jawohl. Blockieren die ganzen doofen Ärzte schon alles? Was geht's? Zu Befehlen. Bin bereit. Kein Problem. Was geht's? Verstanden. So. Weg, ihr blöden Ärzte. Geht zu den blöden Polizisten. So, nichts gegen die Polizei. Ärzte darf man ja beleidigen, Polizei nicht. Da gibt's direkt dann, gibt's dann direkt Ärger. Sofort. Wird erledigt. Sofort. Alles klar. Wird gemacht. Wird erledigt. Aha. Wir haben es irgendwie geschafft, einen Weg zu finden. Ich bin so stolz. Sofort. Okay, ich nehm's zurück. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das auch von zur Krankenstation in der Basis. Alle Täter festnehmen und abtransportieren. Jawohl. Da haben wir 8 von 12. Sollten hier... Ne, hier ist das Headquarter. Ich hoffe da, dass diese Täter, das sind auch welche, die hier noch rumliegen, ne? Wobei ich jetzt überhaupt nicht weiß, in welchem Zusammenhang hier Täter und so waren, ne? Das finde ich sowieso irgendwie ganz komisch. Sofort. Aber ich glaube, wir sind dann soweit durch. Der eine noch. Und dann müsste es geschafft sein. Bin dabei. Was geht's? Ja. In Ordnung. Erwarte Befehl. Okay. Zu Befehl. Alles klar. In Ordnung. In Ordnung. Gut. So, gucken wir mal. Oh, ich bin froh, wenn das fertig ist, ne? Meine Güte. Ja, sechs von sieben. Super. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ähm, dann ist es eigentlich mehr oder weniger geschafft, ne? Sehr gut. Ach. Pestexpress. Versuchen Sie immer den Überblick über alle Verletzten am Unfallort zu bereiten. So ist die Gefahr geringer, dass einer der Verletzten stirbt. Knapp an Gold vorbei. Na, das war ja nicht so schlecht. Gut. Also Leute, nächste Folge geht's dann hier weiter. Das war ja jetzt hier stressig genug. Und wär schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und denkt dran ans Gewinnspiel. Und wenn ihr das Spiel kaufen wollt, sehr gerne über Gamesplanet. Da gibt's die Keys wirklich sehr, sehr günstig. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis dann. Und vor allem sind Sie bei Gamesplanet Original. Bis dann. Bis dann. Bis dann.